Hallo und herzlich willkommen. Ich stelle euch heute das neue Ambulu Messer vor von Wolfgangs. Alle neuen Ambulu Teile und Visionen sind zunächst in einem Baukasten auf wolfgangs.de erhältlich. Auch die neuen Visionen sind natürlich 42a konform. Die neuen Klingen bestehen wie die alten Visionen aus D2 Stahl. Das heißt die Messer sind sehr gut nachzuschärfen. Ambulu Scandi und Ambulu Flat unterscheiden sich nur an der Klingenform, Scandi Schliff und Flachschliff. Die neuen Ambulu Scandi und Ambulu Flat Messer passen nicht in die Scheide der ersten Ambulovision. Wolfgang bietet separat Scandi Messerscheiden im Baukasten an. Die Griffschalen sind bei allen Visionen gleich. Und der dazugehörige Feuerstahl lässt sich auch ohne Probleme benutzen. Mir gefällt besonders die Optik. Du kannst dein Messer wegen dem Baukastensystem selber so erstellen, wie es dir am liebsten ist. Und somit ist dein Messer auch einzigartig. Durch die feststehende Klinge lässt sich natürlich das Holz auch wunderbar pitonen. Ob Anfänger oder Profi, das Messer ist für jeden etwas. Ambulu Scandi und Ambulu Flat werden nicht die erste Ambulovision ablösen. Es handelt sich um eine Erweiterung des Sortiments. Und der Möglichkeit, die ersten Ambulovisionen wird selbstverständlich für immer weiter angeboten. Das Messer ist für 99 Euro erhältlich. Und mit dem Code PETER10 sparst du nochmal 10%. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben über das Messer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.